Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach. Danke, dass du den Montagsimpuls eingeschaltet hast. Der 8. November ist Welttag der Putzfrau. Tatsächlich habe ich nachgelesen auf kuriosefeiertage.de. Eine Autorin hat sich diesen Tag ausgedacht, weil es in ihrem Roman immer um eine Putzfrau geht, die am 8. November Geburtstag hat und der wollte sie mal ein Denkmal setzen. Welttag der Putzfrau. Aber der 8. November hat noch einen anderen Feiertag, nämlich den Weltschenktag. Den hat sich 2015 ein Anbieter für Erlebnisgeschenke ausgedacht. Angeblich ohne Hintergedanken, denn in der Erklärung steht, es geht darum, dass auch außerhalb von Weihnachten, Ostern und Geburtstagen Menschen anderen was schenken und ihnen damit zeigen, dass sie sie lieb haben, dass sie dankbar sind und wertschätzen. Ja, tolle Idee. Dankbarkeit ist ja genau mein Ding. Und ich mache das auch gerne, dass ich auch außerhalb von Feiertagen Menschen etwas schenke. Leute, an die ich gerade denke, wo ich meine, ach, den könntest du mal eine Freude machen. Und manchmal trifft es auch mich. Letzte Woche habe ich ein ganz tolles Geschenk bekommen von meiner Schwester. Die hat zu jeder meiner Geschichten in 24 Mal Hinhören im Advent eine eigene Geschichte geschrieben. Gedanken, die ihr dabei kamen. Wertvoll für mich. Total wertvoll, weil so voller Liebe. Ich bin da sehr dankbar für. Wenn man den Materialwert sieht, der ist nicht so hoch. Aber das Ideelle, das, was sie da reingesteckt hat, das ist einfach unglaublich. Das zeigt, Geschenke, die zu Herzen gehen, die ankommen, müssen gar nicht viel kosten. Und das will ich mir immer wieder vor Augen halten. Auch wenn es jetzt auf Weihnachten zugeht. Geschenke müssen nicht viel kosten. Sie müssen von Herzen kommen. Und für mich sind gerade die Weihnachtsgeschenke ohnehin nur ein Abklatsch von dem allergrößten Geschenk, was je gemacht werden konnte zu Weihnachten. Nämlich, dass Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt hat. Das feiern wir ja an Weihnachten. Die Geburt von Jesus. Ich wünsche dir eine gute Woche und viel Spaß beim Schenken. Die Dankbarkeitsbotschafterin. Der Montagsimpuls. Mit Sabine Langenbach.